Thema Wein ist auch gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Bin ich nämlich immer wieder damit beschäftigt, jetzt hab ich meine Freundin immer wieder zum Weinkaufen schickt. Hab ich schon was vorbereitet. Geht's? Nächsten Freitag ist so weit, dann ist wieder Ladies Night. Und sechs Damen auf einen Haufen, herst' ich keinen Schövossaufen. Süffig muss er sein und fruchtig, denn erst dann knallt er so richtig. Mit am Schnaps ging es zwar schneller, doch sie stehen auf Muska-Teller. Ella, Ella, ey, 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 auf gelben Muska-Teller. Ella, Ella, ey, 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 auf gelben Muska-Teller. Ella, Ella, ey, 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 auf gelben Muska-Teller. Ella, Ella, ey, 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 ey. Schleppt sich zur Pudel, abshoffener Wiener, dann greift er am liebsten zum grünen Wörtliner. Den kann man spritzen mit einem Soda und hast du an Sitzen, bis der Waschicht a Roder. Weil der Wörtliner, das weiß man schon immer, hat im Wiener Rathaus sein eigenes Zimmer. Applaus